Ja, und damit willkommen zum neuen Part. Zack, wir sammeln die 100 Münzen. Und jetzt haben wir 51 Stück, das heisst es geht nicht mehr allzu lange. Düri, düri, düri. Oh, komm. Zack, zack. Düri, düri, düri. So, jetzt fehlen... Ich muss 84 eigentlich kriegen, weil die roten Münzen kommen ja auch noch. Oh, shit. Naja, halb so schlimm. Düri, düri, düri. Zack, zack. Boah, sind ja übelst viele. Ja gut, jetzt habe ich es eigentlich, theoretisch. Jetzt muss ich nur gucken, wie ich oben in die, in den Käfig komme und dann, ja, habe ich das Zeugs. Äh. Zack. Gab es nicht sogar einen Porter oder so? Oh, shit, was mache ich denn? Komm, jetzt mal, ja. Zack. Irgendwie hier. Ne. Hier. Nö, auch nicht. Ah, ja. Düri, 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 düri. Es gab irgendwo einen Porter, aber ich weiss nicht mehr wo. Düdi, düri, 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 düri. Oh, shit. Düri, düri, düri. Hm. Zack, zack, zack und zack. Äh, ich verstehe es wirklich nicht. Hier heilt das sich, aber da nicht. Egal. Ähm. Zuerst mache ich jetzt mal hier das Wasser höher. Zack. Jetzt weiss ich gar nicht, ob das reicht, wenn ich hier einen Weitsprung mache. Ich denke aber nicht. Ist doch ein bisschen weit. Oh. Was war das? Naja. Und hier komme ich aber auch noch nicht hoch. Äh. Wie mache ich das jetzt? Genau, die Kanone. The Cannon. Ähm. Jetzt muss ich nur schauen. Wie ich denn zu der Bombe komme. Da hoch. Ich glaube, das schaffe ich von hier aus. Hoffe ich. Hä. Zack. So. Jetzt kann ich mich über, über das Gitter da rüberknallen. Dürim, dürim, dürim. Zack. So. Gut. Ähm. So. Da rüber. Omageddon. Boah, das wird knapp. Nee, das glaube ich jetzt nicht. Jetzt muss ich alles nochmal rüberlatschen. Dü, 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 dü. Dü, 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 dü. Ähm. Dü, dü. Dü, dü. Dü, dü, dü. Dü, 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 dü. Dü, 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 dü. So. Oh. Juhu. Gut. Da sind wir schon wieder. Dü, 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 dü. Dü, 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 dü. Dü, 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 dü. Zack. So, jetzt gucke ich ein bisschen besser. Äh, wo ist denn das Gitter, äh, wo ist denn das Gitter? Da ist das Teil. Äh, wo ist denn das Gitter? Dü, 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 dü. Zack. Gut. Und dann haben wir jetzt die roten Münzen. Und dann habe ich die Welt komplett. Das ist doch schön. Euch. Und dann können wir hier sein. Ah, nein. Ähm, hier kurz mal die Münzen einsammeln, dann habe ich den schon mal. Oh, shit. Egal. Zack. Dunem, dunem. So. Gut, ähm, jetzt muss ich den... Wo war der Schalter? Irgendwo in der Ecke. Da war es nicht. Ich glaube, da war es, oder? Ja. Den Schalter aktivieren, damit ich die Roten noch holen kann und dann kann ich mich aus der Welt verpiesen. Was macht der Schalter eigentlich? Ähm, was hat mir das jetzt gebracht? Egal. Ne. Komm, jetzt Mario. Zack, so. Oh, shit. Gut, die Box muss ich auch noch holen. Zack. So. Kann ich hier... Boah. Gut, das geht nicht wirklich. Da muss ich wohl zur Kirche hoch, da. Äh, was das ist. Ah, Moment. Ah. Gut, ähm, hier hoch. Oh. So. Und... Trap. Oh, du Arsch. Kommst du her? Oh, Alter, wenn der mich jetzt killt. So. Ähm... Brauch' ich die überhaupt? Ich nehm's einfach mal. Zack. Du, 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 du. Nö, wohl nicht. Boah. Ja, komm, das muss gehen. Zack. 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 Gut. Das war Nummer 5. Und hier... Äh... Nummer 6. Gut, da drüben ist noch eine. Und da ist noch eine. Jetzt muss ich nur noch da hinkommen. Was ist hier drin? Ah, Leben. Du, 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 du. Gut, ich glaub, das geht von hier aus. Äh. Ah, gut. So, Nummer 7. Und jetzt muss ich nach Do... Da... Do hoch. Da hoch. Na, scheiße. Ich glaub, das geht aber nur so, dass ich hier so einen Dreifach-Jump mache. Zack. Gut. Hat jedenfalls geklappt. Und das ist die letzte. Gut. Ich denk mal, ich bin gleich mal im Part. So. Noch 6 Sterne, Leute. Und 2 sind quasi auf unserem Weg. Jetzt muss ich nur kurz durchchecken, bis zum nächsten Pub, wo uns noch Sterne fehlen. Und ja. Dann sehen wir uns im nächsten Pub. Bis dann. Dann sehen wir uns. Yeah. Dann sehen wir uns jetzt. Shop 10 살아 more.